Beim Thema Wohnungseinbrüche war es uns nie ein Anliegen, daraus ein Wahlkampfthema zu machen, sondern es war uns ein Anliegen, dass wir den Menschen helfen, dass sowas nicht passiert. Und dass das uns nicht ein Wahlkampfanliegen war, kann ich damit schon beweisen, dass wir das schon seit mehr als, fast seit zwei Jahren ständig fordern, dass das gemacht wird. Und bisher die SPD oder der Bundesjustizminister sich verweigert hat. Gestern hat es einen Ruck gegeben und darüber sind wir froh, weil wir vor allem mit der Möglichkeit der Abfrage von den Verkehrsdaten der Polizei natürlich ein Instrument in die Hand geben, das sie schon lange verlangen und fordern. Und das ist uns das Wichtigste gewesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017